Ok und damit Willkommen zum kleinen Netztest. Zyro Cryofall Demo Version. Ich war ja gerade ziemlich geflasht in den ganzen Voreinstellungen. Ich weiß jetzt nicht wie ich da jetzt... Ja gut, jetzt sind wir hier schon im Spiel und ich versuche mich so ein bisschen zu bewegen. Aber wir können es auch drehen. Ich teste heute hier ein bisschen. Jetzt ist da eine Spitzhacke. Ok, ich habe keine Spitzhacke. Das Spiel ist momentan noch Unix-S. Und die Demo hier nur, wie ihr oben seht, für 8 Stunden aktiviert. Und ja, scheint so ein bisschen was Multiplayer-Server-Technisches zu sein. Da man hier wirklich erstmal einem Server beitreten muss. Um zurende zu kommen. Ah, und da haben wir schon einen Offline-Spieler. Ok, das scheint wirklich Online Multiplayer zu sein. Ich musste mir vorher einen Account erstellen und mich da auf einem Server anmelden. Ich bin jetzt hier offiziell EU oder so in der Art. Und ja, ich schau mal hier, wie ich mich jetzt hier voran bewege. Schauen wir mal. Ich habe mir womöglich den Anfangstext nicht richtig durchgelesen. Gula Gula Aston Island. Ja, ok. Sei gegrüßt. Spitzhacke brüchst nur. Hund schlachten. Oh, oh. Wildschwein. Wildschwein. Zum ersten Mal Huhn getötet. Ähm, das Wildschwein, dem sind wirklich noch nicht gewebnet. Spitzhacke. Ich komme jetzt hier eine Spitzhacke. Verboten. Ok. Verboten. Ähm. Spitzhacke. Drückt, um den Chat zu nutzen. Möchtest du den Ingame-Chat auf diesen Surf aktivieren? Ey, ich bin mir gar nicht so sicher. Chats in der Regel nicht moderiert. Ok, dann lassen wir es mal lieber. Äh. Ja. Lassen wir es mal lieber. Nimm Online-Multiplayer. Unmoderierte Chats. Wo kriege ich denn eine Spitzhacke her? Verboten. Ok, jetzt bin ich hier schon in fremdem Terrain. Das gehört dann einem anderen Spieler. Jawohl. Kann ich hier Bäume fällen? In Axt. Ok. Ja, aber wie? Werkstatt. Stein-Axt. Können wir die... Da brauchen wir Stein haben wir schon genügend. Brauchen wir Zweige und Seil. Ok. Wo kriegen wir Seil her? Hier haben wir Zweige. Bäume fällen ist glaube ich nicht ganz schlecht. Ist nicht grundverkehrt. Dann haben wir erstmal hier die Möglichkeit uns ein Haus zu bauen. Kleinunterstupf zumindest erstmal. Zweiten Wert natürlich. Werkstatt. Ok. Ein Seil bräuchten. Müssen wir das bei jemandem klauen oder können wir das... Müssen wir das finden, war das irgendwie auf dem Weg. Seil. Wo zum Henker kriege ich ein Seil her? Fähigkeiten. Konstruktion. Ein Lagerfeuer. Das könnte ich mir schon mal bauen. Das ist mir nicht ganz so schlecht. Wo ich ein Seil herkriege, ist mir auch ein Rätsel. Sammlerressourcen. Ernten. Was haben wir hier geerntet? Fasern. Das habe ich eigentlich schon. Belohnung. 10 LP. Sammlerressourcen. Steine Seile herstellen. Steine Seile herstellen. Steine Axt her. Ok. Eine Axt. Seile. So können wir eine Seile herstellen. Ok. Herstellen. Jetzt können wir eine Axt herstellen. Jetzt können wir eine Axt herstellen. Jetzt können wir herstellen. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Axt. Jetzt können wir die ausrüsten. Eine Wasserknollenfrucht. Ok. Jetzt können wir mit den zwei Bäumen fällen. Oder wie. Ach. Mit der Zweikung ausrüsten. Nach Augen kaputt. Sehr gut. Hüls. Annehmen. Fülle Einbau haben wir auch schon gemacht. Drei müssen wir füllen. Ok. Dann verfolgen wir einfach mal die Quests, die wir hier haben. Sie bringen uns bestimmt sehr gut bei den Ballen. Drei Bäume. Ach. Das sind wir. Befreien. Anpassen. Hilfe. Anpassen. Gesicht. Ja. Darauf würde ich hin. Männlich sind wir. Hm. Ok. Sehr gut. Charakterenfassung. Na ja. Mal so. Oben. Her. Gesichter hinz. Ja. Da würde ich doch. Kopfkratz. Also eher das. Das hier so. Unten. Achso. Jetzt. hat ja nichts mit dem Bart zu tun. Jetzt kann ich den Bart hier wählen. Ich muss die Gesichtsform nochmal angucken. Und wie ist meine Gesichtsform? Ja. Nummer 2. Nummer 3. Machen wir hier unten mal ohne Bart, damit ich die Gesichtsform angucken kann. Ja. Zwei. Drei. Vier. Nehmen wir mal fünf. Warum nicht? Und dann unten hier. Ach der hat noch bestimmte Werte. Das ist blöd. Wie er das hier. Ungefähr so. So sehe ich aus. Haarfarbe ist schon ungefähr richtig. Hautfarbe. Sehr sehr blass. Bitte ganz blass. Aber wir haben nur drei Hautfarben Töne. Haare. Ja. Prinzipiell. Ja. Fürs Spiel würden wir es ein bisschen besser machen. Ja. Ja. Muss ich ja nicht. Eigentlich eher. Eigentlich eher so mittlerweile. Mir fallen die Haare aus. Aber. Ja. Machen wir es mal fürs Spiel. Ja. Das Gesicht doch noch ein bisschen freundlicher. Ein bisschen besser. Das verschwinde ich hier Zeit mit Charakter. Customation. Das Gesicht ist doch nicht schlecht. Wahrscheinlich eher das hier. AFK Modus. Mir scheint bis zu deiner Weile inaktiv. Ja. Hm. Welches Gesicht hatte ich denn hier der Bart so gut gepasst. Ja. So müssen wir den nehmen. Speichern. Anpassen. Okay. Kleidung kann man noch nicht. Befreien. Was heißt das? Den lassen wir lieber. So. Jetzt haben wir hier. Es wird schon Nacht. Jetzt wird mal hier den Baum fällen. Ich sollte noch ein Baum fällen hier bevor es Nacht wird. Das ist wahrscheinlich nicht mein Kraft. Das heißt hier kommen keine Creeper uns zum Mies her. Ja gut. Stein. Spitzhacke aus Stein her. Okay. Und dann ein Werkzeug kaufen. Oh. Aufheben. Schadet bestimmt nicht. Stein aufheben. So Spitzhacke. Ist das hier. Eine Sekunde. Eine Spitzhacke. Da brauchen wir Stein und Seil für. Seil können wir herstellen. Stein können wir nicht herstellen. Aber vier. Vier von zehn Steine haben wir jetzt hier. Es wird schon Nacht. Ich mach hier mal einfach weiter. Ich hab ja eh noch keine Unterkunft. Oh man. Jetzt werden wir angegriffen. Nein. Töte mich nicht. Zeit. Aufheben. Jetzt haben wir schon die Nensteine. Steine. Spitzhacke aus Stein her. Okay. Das können wir doch jetzt machen. Spitzhacke aus Stein. Sehr gut. Bereit. Meine Belohnung dafür. Stille her. Spitzhacke aus Stein. Achso. Jetzt Stille. Werkkoffer her. Das ist noch mal die Sache. Einfach Werkzeugkoffer. Werkstatt. Menü. Und für den Werkzeugkoffer. Werkzeugkoffer. Dafür brauchen wir Stein und Seil. Seil. Seil können wir herstellen. Steine müssen wir sammeln. Zehn Steine. Acht von zehn haben wir schon. Zwei Steinchen. Da ist noch ein Steinchen. Nein das ist ein Baumstumpf. Steinchen. So. Jetzt können wir doch Spitzhacke aus dem Werkzeugkoffer herstellen. Sehr gut. Hülspitter wäre vielleicht auch nicht schlecht. Können wir auch mal herstellen. Okay. Annehmen. Den Werkzeugkoffer können wir auch annehmen. 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 10 LP. Baue ein Mineral ab. Besuche felsiges gebirge Bauer ein Mineral ab. Grabe nach Stein. Boah. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Das können wir machen. Lagerfeuer. 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 Wo war das hier? Lagerfeuer. Beuere Äste und Stein. vielleicht mal hier so ist denn jemand oder was ist jemand ich mache immer ein ich mache immer ein langer feuer langer feuer wo lagerfeuer konstruktion werkzeugkoffer benötige ich dafür okay dann kann ich doch ausrüsten so hier die drei dann mache ich jetzt ein lagerfeuer und das stelle ich einfach mal schön bequem hier hin kann nicht platziert werden so hier lagerfeuer hier kommen wir unser lagerfeuer hinbauen hier sehr gut da 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 da